Abschied im Sommer? Bayern legt Preisschild für Koeman fest Die sportliche Führung des FC Bayern um Max Eberl plant im Sommer eine Neubesetzung des Stammkaders. Derzeit wird gemunkelt, dass mehrere Topstars an einer Trennung vom FC Bayern beteiligt sind. Nun sollen die Verantwortlichen King Lecoman mit einem Preisschild versehen haben. King Lecoman war in den letzten Jahren im gesunden Zustand der unangefochtene Leistungsträger des FC Bayern. Mit dem Siegtreffer im Champions League-Finale gegen PSG verewigte der Franzose seinen Namen in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters. Doch nun soll der Flügelflitzer Abschied aus München nehmen. Laut einem Bericht von Sportbild würde Koeman gerne entweder in die Premier League oder in die La Liga wechseln. Beide Optionen wären für den 27-Jährigen attraktive Optionen, heißt es in dem Bericht. Bayern ist gesprächsbereit laut Sportbild stehen die Verantwortlichen des FC Bayern einem Abgang des französischen Nationalspielers durchaus aufgeschlossen gegenüber. Trotz Koeman's Erfolgen hat sein Ansehen im Unternehmen in den letzten Jahren deutlich angenommen. Vor allem die Verletzungsanfälligkeit schneller Dribble bereitet dem Bayern-Manager Sorgen. Darüber hinaus ist Koeman's aktuelles Gehalt sehr hoch. Voraussetzung für einen Abschied im kommenden Sommer ist allerdings, dass der Verein die nötige Ablösesumme zahlt. Berichten zufolge sind es satte 70 Millionen Euro, was in etwa dem Marktwert von Koeman entspricht, laut Transfermarkt 65 Millionen Euro. Möchten sie nach Großbritannien ziehen? Für Koeman gibt es vor allem in der Premier League mehrere potenzielle Käufe. Hierzu zählen sowohl Manchester United als auch Chelsea FC, die sich diese Ablöse durchaus leisten könnten. Entgegen den Erwartungen hatten die beiden Spitzenklubs eine sehr enttäuschende Saison und planen angeblich eine große Transfer-Offensive im Sommer. Kommands vorzeitiger Abgang wäre das Ende einer Ära. Der gebürtige Pariser spielt seit fast neun Jahren in München. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis 2027.